Man weiß, was drinnen ist. Zweitens einmal, das Tier merkt auch, dass man sich mit dem Tier befasst. Gesunde Hundekekse zu backen ist eine von vielen Aktionen, die wir hier machen im Neunerhaus KC. Was braucht man für Motivation, das ist das Allerwichtigste, Freude an etwas zu schaffen und eine geringe Menge an kleinen Backzutaten, die man eigentlich saugünstig zum Kaufen kriegt. Ich zum Beispiel ein bisschen Mehl, ein bisschen Hafer, vielleicht ein Ei dazu und das Ganze vermengen. Das Miteinander, das ist das Schöne dran. Das verstärkt alle Beteiligten. Bei 180 Grad einfach im Parkloher für 20 Minuten Drogenwasser. Ich sage halt, durchs Backen oder durchs Miteinanderreden kommen die Leute zusammen. Und fördert die Gesundheit. Bei Mensch wie bei dir. Ein Hund hält zu dir, auch in schwierigen Zeiten. Und genau das machen wir hier bei Neunerhaus auch. Du bist wichtig. 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 Du bist wichtig.